Was ist das Erweiterungsstudium Intertranskulturelle Kompetenzen? Das Erweiterungsstudium Intertranskulturelle Kompetenzen greift eine notwendige Kernkompetenz unserer Zeit auf. Wir leben in einer komplexen Welt, die durch Vielfalt gestaltet ist. Diese Vielfalt ist ein Reichtum, aber wird auch als Herausforderung empfunden, wird oft auch problematisiert. Und damit umgehen zu können mit der Vielfalt in unserer Gesellschaft ist ein Mehrwert für die eigene Persönlichkeit, aber auch für das Zurechtkommen beruflich und menschlich in dieser Welt. Meine Motivation für das Erweiterungsstudium lag darin, meine bereits erworbenen inter- und transkulturellen Eindrücke mit Hilfe von diversitätstheoretischem Wissen in Verbindung zu bringen und durch Reflexionen diese Prozesse dahinter verstehen zu lernen. Also für dieses Erweiterungsstudium spricht, dass die Studierenden Kompetenzen erwerben, mit Diversität, mit Fremdheit, mit anderen Kulturen, mit anderen Sprachen besser umzugehen und auch ganz wesentlich zu reflektieren, ihren biografischen Hintergrund, der da stark mitspielt und dass sie damit ihre Perspektiven erweitern, auch ihre Handlungskompetenzen erweitern. Denn das sind ja Themen, die uns schon seit geraumer Zeit beschäftigen und ganz sicher weiter beschäftigen werden. Vielen Dank.